ARD Text im Auftrag von Funk Rekka! Zerbe! Hey, Messias, hast du ein paar Minuten? Spielen wir ja in den Playoffs gegen die Senf-Servietten! Hä? Wieso müssen wir noch ein bisschen Französisch lernen? Jetzt gehen wir noch mal in die Schule zusammen! Hey Leute, dann können wir uns hier so anständig verleidigen! Guckuck! 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 Bonjour à tout le monde! Bonjour à tous! Bonjour à tous! Hattest du die Zähne geschissen oder Schneckenfresser? Jetzt findest du irgendwo auf unserem Namen Eurtüppli! Oder was? Haben Sie bereits Französisch gegenseit? Ja! Bonjour à tous! Oh, der «Je m'appelle Fröllengestelle»! Ha! Ha! Ja! Hallo, fanden wir mit etwas ganz einfachen? Ça c'est le vin! Der Wein! Ha! Wie, solcher Scheissdreck? Wir suchen Bier, oder Theo? Steh vor du Bier! Elf, elf, elf! Elf, elf, elf! Elf, elf! Elf, elf, elf! Salut! Bonjour! Je m'appelle Pierrette! Ah, Servette! Das ist ein Body-Check da! Ja! Ich meinte, der Wein von Saint-Serviette! Hallo, kommen wir zur Grammatik! La Grammatik! Ha! Ich hasse, Matt! Lass mal, du Paget-Fresser! Wir wollen nur eins können, wenn wir gegen die Russen spielen! Nämlich französisch fluchen! Da, wie normalste Klage ist! Wollt es eben schon schrie, du an! Also, kennen wir denn schon ein französisches Flugwort? Ja! Conteron! Lassen wir das mit den fluchen, lassen wir das mit den Namen! Der Hund, ici! Se sentire! Le chien et le cochon! Der Hund, das Schwein! Achtung! Da haben wir ja schon das erste Vorkart! Der Sauhund, le cochon-chien! Cochon-chien! Haha! Geiler Sie! Geilen Sie, ici! Merde! Wo müssen wir schieren, ici? Merde! Super! Jetzt! Aufschreiben! Das ist die Flucht! Merde! Retro sei, Merde! Haha!